Hallo Leute, was geht ab und heute mache ich mal wieder mit dem Schallgeist eine im Lauf. Du verlierst doch eh. Ich habe dich. Ich habe dich. Ich habe dich. Ich habe dich. Ich habe dich heute doch auch bei Waffenspiel besiegt. Ja. Oh, wie schlecht. Wie schlecht. Ich freue mich doch, du Eierloch. Nein, nein. Nein, kriegst du. Ich bin jetzt zum Motten. Was für locken sie euch besser als du. Ja. Was ist das? ich sag ich sag mal wer will shagai als freund wer will shagai als freund teilen dann heißt der shagai 56 ok ja was denn wieder scheiße guck ich hab noch 0 punkte blamierung es liegt und du hast doch einmal geschockt und du sagst nein es liegt ey shagai boooom sein weh am ehemalig schallgeil hab mir doch Spaß jetzt doch echt freundlich den Ausgau ach so ich dachte ja mach doch freundlich den Ausgau PAREN kann wenn ich ich das ja 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 da Aber Martin, wisst ihr's boomen? Ich will euch noch kurz einen Trick zeigen. Wie kann man so drauf, wenn man da nicht geht? Wenn er mich jetzt killt wird... Ja guck, er guckt gerade mein Kopf. Shia, hörst du mich? Digger! 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 Das war ein schlechter Kill. Sag es mal die King! Ok Leute, das war's, bitte! Das war's.